Sturm der Liebe In Wahrheit war die Freude allerdings ganz auf Mais Seite. Wie sie im Interview mit dem TV-Magazin, Brisant, berichtet, sei sie seit zehn Jahren extremer, Sturm der Liebe, Fan. Seither verpasst sie keine Folge. Und wenn doch mal etwas zwischen sie und ihre Lieblingsserie kommt, streamt sie die ausgelassene Episode später auf der ARD-Homepage. Sturm der Liebe Vanessa Mai ist ein Fangirl. Beim Dreh in den Bavaria Filmstudios wurde Mai so selbst zum Fangirl. Mein Mann Andreas hat mich angesteckt, verrät sie. Als sie die Rolle am Fürstenhof annahm, befürchtete sie zuerst, dass ihr der Blick hinter die Kulissen den Zauber nehmen könnte. Diese Sorge erwies sich allerdings als Trugschluss. Es ist so geil. So Mais Fazit ihrer Zeit am Set. Mai spürt eine enge Verbindung zwischen den Geschichten, die das Serienensemble erzählt, und ihrer eigenen Arbeit. Der Sturm ist so ein bisschen wie Schlagermusik. Es ist nicht schwer. Es ist einfach. Man kann nicht immer nur, Faust, lesen. Man muss auch mal was Leichtes lesen. Für mich ist das Abschalten pur. Ich bin gut drauf, wenn ich das habe. Die Serie, so Mai weiter, sei für sie wie eine warme Umarmung. Und das ist im Schlager eben auch so. Im Sturm der Liebe, spielt Vanessa Mai sich selbst und wird in den Fürstenhof einchecken. Im Film, Nur mit dir zusammen, 2020, schnupperte sie bereits Schauspielluft. An der Seite Axel Prals, 63, Tatort, gab sie die weibliche Hauptrolle. Ich glaube, ich habe schon etwas Blut geleckt. So die Sängerin, die weitere Ausflüge in das Film- und Seriengeschäft nicht ausschließt. Die Arbeit für »Sturm der Liebe« sei für sie auf jeden Fall eine Herzenssache. Übrigens ist Mai in bester Gesellschaft, auch ihre Kolleginnen Beatrice Egli, 34, und Mandy Capristo, 33, waren schon in der Serie zu sehen. Sturm der Liebe Sepp Schauer schwärmt von Vanessa Mai Sturm Urgestein Sepp Schauer, 73, ist auf jeden Fall sehr glücklich, Vanessa Mai kennengelernt zu haben. Sie hat so etwas Selbstverständliches, so etwas Lockeres, schwärmte der Alfons-Darsteller. Schauce Sturm Urgestein Sepp Schauer, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 11,osos, und sie können sich, geist die fini, und sie können sich, um die Sängerin zu haben, die Sängerin zu haben. So etwas lieber etwas Drgevon, also mit dem, die Säden zu haben.